Ich bin zu allem bereit. Wir präsentieren die größten Allstars der Welt, live aus New York, Springen, Punkten, Sprungwurf! Drei, zwei, eins, haut rein! Dann mal los, jetzt kommt Magie ins Spiel, Leute! Und so zerschmettert man die Konkurrenz! Schön! Hey, du hast da was zwischen den Zähnen! Sie konnten verstreichen für dieses Zahnrad, jetzt oder nie! Wow, dieses Team hat ein super wertvolles Zahnrad! Kann sie es behalten und damit Punkten? Ach ja, das wird nie langweilig! Was war das denn gerade? Die Konkurrenz verewigt sich auf der Punktetafel! Schluss damit! Ganzes Schluss mit dir! Hätte ich dir gar nicht zugetraut! Oho, sieht nach einer feindlichen Übernahme aus! Achtung! Anastraker ist bereit für Zerstörung! Vorsicht da draußen! Von den Punkten her scheint sich die Strategie auszuzahlen, aber eine größere Führung wäre gut! Und wieder ist jemand voll in die Falle gegangen! Zahnrad an Bord! Höchste Zeit zu schrotten und Punkte anzuhäufen! Offenbar wurden das gegnerische Fahrzeug, das Zahnrad und jede Hoffnung eliminiert! Achtung! Saversbreaker ist in Bereitschaft! Auto voll auf die 12! Mitten rein! Total klar! Die Menge dreht durch! Das war eine 1-A-Eliminierung! Dein Zahnrad ist eine astronomische Summe wert! Schnell! Nichts wie ins Tor damit! Bereit zum Schneiden! Ich kann kaum hinsehen! Hannah vernichtet dieses Heldenfahrzeug! Eine alltägliche Verschrottung! Halb so wild! Und Saber wurde zerschmettert! Hohoho! Es ist Breaker-Zeit! Boah! Geist doch, sie sind keine Freunde! Fantastische Brennverschrottung von Hannah! Sie ist nicht zum Spaß hier! So löst man eine Falle aus! Oh, schlecht ausgeführtes Rempeln! Sandra hat den Besitz unseres Allstars! Mal sehen, was daraus wird! Hup! 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 Saber ist bereit, sich durch seine Gegner zu schneiden! Saber ist bereit für die Action! Hup! 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 Was schönugesandet dies C- Hup! 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 Hi CC was rồi! Dieses Team hat das Match fest in der Hand. 30 Sekunden bleiben noch. Ganz oldschool geschrottet. So mag ich das. Da hätten wir schneller sein sollen. Punkte auf der Tafel, aber für die Konkurrenz. 10 Sekunden noch. 5, 4, 3, 2, 1. Die Zeit ist um. Hey, wir haben es geschafft. Sehr schön. Und das Team macht das Rennen. Gewonnen. Leistung gebracht. Sieg eingesackt. Wie ist die Zeit? Wie ist die Zeit? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020